Immer mehr tote Kegelroben werden an Mecklenburg-Vorpomerns Küsten gefunden. In diesem Jahr seien es bereits 33, wie das Deutsche Meeresmuseum am Montag in Stralsund mitteilte. Allein in den viereinhalb Wochen zwischen dem 19. September und dem 19. Oktober seien 13 tote Roben entdeckt worden. Zum großen Teil handele es sich um junge ausgewachsene Tiere. Zum Vergleich. Zwischen 1991 und 2016 gab es in diesem Zeitraum, 19. September bis 19. Oktober, im Schnitt nur eine Totfundmeldung alle zwei Jahre.